hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten endlich wochenende es ist mal wieder zeit über die neuankömmlinge meiner sammlung zu sprechen und über die spiele die ich in den letzten vier wochen mehr oder minder gespielt habe gespielt habe ich so einiges was auch damit zu tun hat dass bald mal wieder so ein wie nennt man diese top videos rauskommen wird mit empfehlungen von mir und ja dafür habe ich verschiedene kleinere spiele diesmal gespielt denn es soll in diesem video dann um reise spiele gehen das werdet ihr dann bald hier auf dem kanal sehen können genau was gibt es noch zu sagen ja ganz toll wie der kanal sich weiterhin entwickelt wir gehen jetzt relativ stramm auf die 400 zu richtig schön vor allem das video zu die zwerge hat scheinbar wirklich vielen gefallen ich freue mich riesig über das feedback wenn ihr sagt dass euch das hilft und das ist gut präsentiert wurde und so das ist sehr schön ja feedback ist immer was ganz wertvoll ist um auch auf sachen anzusprechen die vielleicht auch nicht so gut laufen aber wenn es natürlich positives feedback ist freut man sich natürlich ganz besonders ja zu die zwerge werde ich gleich noch mal kommen da werde ich noch mal ein bisschen was zu sagen denn ein kumpel von mir der das spiel schon lange besitzt der hatte noch mal was angemerkt was ich gar nicht so bedacht habe ja da gebe ich ihm recht das hatte ich nicht mehr so auf dem schirm mit dem hauptspiel aber da kommen wir gleich zu okay also was ist neu angekommen bei mir und da muss ich als allererstes mal nachtrag machen ich habe es nicht beim letzten mal vergessen so da habe ich doch glatt mal wieder mit der falschen technik gefilmt ja die technik sah das ist so ein ding aber gut okay nehme ich das schnell normale auf war zum glück nur das erste spiel nämlich es geht um dungeon and lasers das habe ich beim letzten mal vergessen zu präsentieren ja was haben wir hier zum einen haben wir einen dieser drachen zwei drachen waren kostenlos mit dabei also als einer als stretch goal einer allgemein als exklusiv für die kampagne glaube ich den musste man selber zusammen kleben ich habe das mit meinen zwei linken händen gemacht ihr seht nur wenn ihr meine hand dazu in relation seht das ist schon fettes ding sieht sehr cool aus ja ich bin jetzt nicht so der bastler leider ja auch kein miniaturen bemaler aber schick aussehen tut er auf jeden fall ja was ist denn eigentlich dungeon dungeons and lasers die dritte edition grundsätzlich kann man sagen es ist ein modulares system das kommt in so einer box ja ich habe ich habe jetzt alles schon mal hier leer gemacht ja und das ist auch ein ganz großer kritikpunkt ihr seht schon die reist ein die box ist randvoller man muss wirklich aufpassen dass man alles rein bekommt muss gut sortieren und es gibt keine idee wie man das wirklich löst ich habe das jetzt hier ich hoffe es krisselt nicht zu dolle für die mikrofon in so einen tüten reingepackt das das ist mein großer kritikpunkt sonst ist dieses system richtig cool ich zeige euch mal wie es funktioniert ich habe das mal eben hier zusammengebaut in einem anderen video was ja nicht funktioniert hat und zwar ihr seht wir haben diese platten und die macht man über so eine verbinder zusammen lego wäre jetzt vielleicht falsch gesagt aber an sich ein schönes stecksystem so dass ich überall sagen kann hier machen raum ran dann habe ich hier so eine endstücken da ist ein bisschen wenig dabei ist ein bisschen schade deshalb habe ich jetzt auch bei der neuen kampagne bei der dritten edition wieder mitgemacht und mir da noch ein paar besorgt und das ärgert mich auch ein bisschen dass ich beim letzten monat halt vergessen habe weil da hattet ihr noch die chance da mitzumachen es kann sein dass es ein late pledge gibt bei game von mal gucken ich kann es echt empfehlen also die qualität hier ist super ja also wenn man so ein material sucht um für role playing games also pen and papers irgendwie was sucht um das zu visualisieren das ist so immer mein wunsch ich brauche immer auf etwas haptisches dass ich was sehen kann wie die figuren sich bewegen ein freund von mir mit dem wir das unbedingt mal machen wollen er hat schon gesagt ich soll ihm dann sagen was ich alles an räumlichkeiten habe in der zweiten edition gab es eine zwergenmine und eine verfluchte kathedrale also auch verschiedene settings das jetzt nur das corset ja und für den preis absolut in ordnung es gab drei kisten stretch goals dann gab es noch die stretch goals ja ich dazu gekauft für zehn dollar glaube ich waren das noch aus der ersten edition das ist dann massenweise fässer also alles mögliche sachen halt hier so hinstellen könnt genau in der dritten edition ist es dann so jetzt geworden dass ihr auch mehrere stockwerke dort haben könnt und so richtig häuser und im dorf soll das sein und genau mit balustraden und einem abwassersystem sieht sehr cool aus und preis leistungsverhältnis ist absolut in ordnung ich würde gerne mehr zahlen muss ich ganz ehrlich sagen und dafür eine vernünftige storage solution bekommen weil das ärgert mich hier wirklich dass ich die sachen nicht vernünftig einlagern kann und ich verstehe das auch nicht bei so einem modularen system wird das eigentlich ganz praktisch und ich habe jetzt halt hier noch mal diese konnektoren bestellt damit man dann in summe vor allem von diesen endstücken genug hat da sind glaube ich nur 20 oder so dabei das ist dann ein bisschen dürftig deshalb ist es an sich ausgelegt dass man halt mehr so alles miteinander verbunden hat also ist echt schick gemacht von material her kann ich da überhaupt nicht meckern ist von arkham studio die eigentlich bekannt sind für ihre top miniaturen ich hatte ja vor ein zwei monaten vor zwei monaten hatte ich werden gerade vor vor gestellt mit denen klasse miniaturen das ist das gleiche studio und da merkt man dann einfach die qualität ja es gibt auch ein sci-fi setting was sehr stark an alien erinnert das habe ich jetzt nicht mit gekauft gehabt aber ihr nehmt an sich immer ein cross hat und dann könnt ihr bei der kampagne waren es glaube ich drei dieser kleinen sets wie diese zwergenmine und so weiter zunehmen oder ihr sagt ihr wollt kein cross-set dann könnt ihr zwei kleine nehmen je nachdem wie ihr das am ende halt wollt ja also wenn er da bock drauf habt dungeon and lasers third edition war jetzt bei kickstarter müsste jetzt bei game phone sein und ich glaube da hat man auch die chance im late pledge reinzukommen vom material absolut zu empfehlen überlegt euch nur wie es am ende lagert gut ich räume kurz ein bisschen auf und dann machen wir weiter was kam noch an gebraucht habe ich mir geholt forgotten waters ja ich bin ein fan dieser dieser idee mit diesem buch das hat ja viel lob erhalten ich war erst skeptisch weil ich eigentlich gehört hatte es ist so semi kooperativ wo ich ja dann mal nicht so begeistert von bin jetzt hatten mir aber mehrere leute gesagt das kannst du eigentlich mehr oder minder kooperativ spielen ja und dann ist ja okay für den preis wenn ich es dann bekommen habe ich ja okay kann man das mal ausprobieren da sind bloß jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen erst mal andere playhead games noch dran after maß zum beispiel die müssen erst mal auf den tisch kommen ja da müssen wir mal gucken wann wir mal dazu kommen natürlich auch spiele gerade wer ist es der herr der träume genau und morse music da hoffe ich natürlich dann irgendwann mein kinder mitspielen zu können das heißt die werden wahrscheinlich alle noch ein bisschen rum länger rumliegen da die aber ja teilweise wir immer schnell außer print gehen und nicht klar ist ob sie irgendwann wieder kommen lagere ich die schon mal und ja warte dann dass ich die mit den kindern spielen kann forgotten waters ist auch ein spiel in dieser kategorie auch wenn es glaube ich sich auch eher an erwachsenen orientiert schauen wir mal so dann kam eine sammelbestellung wieder bei mir an die wahrscheinlich schrecklich reflektieren wird nämlich praktisch nicht ganz so schlimm escapes the night ja hatte ich damals organisiert sind soweit auch alle verschickt alles gut geklappt ihr seht es ist noch original verpackt ganz einfach aus dem grund es ist auch wieder eine kategorie semi kooperatives spiel was damals als ich das organisiert habe mich noch nicht so sehr gestört hat ich habe jetzt auch gar nicht noch mal reingeguckt wie der spielts in summe bewertet wird ja habe ich bei kleinen anzeigen drin wer interesse daran hat kann sich gerne bei mir melden ja nettes spiel sicherlich irgendwie wer diese youtube serie kennt vielleicht spricht es die leute dann noch so mit an dieser ich kann nicht sagen ob es schlecht oder gut ist weil es einfach jetzt semi kooperatives und daher für mich einfach nicht mehr interessant also bei interesse einfach melden gut dann ein anderer ein anderes schnäppchen besser gesagt von auch noch eine folie vom amazon prime day da wurde das mit angeboten hatte ich das bei verschiedenen kanälen gesehen die gesagt haben das eigentlich ganz witzig sein soll wir mögen so eine krimi spiele machen eigentlich zu silvester immer einen krimi abend mit krimi total eine reihe die ich absolut empfehlen kann sehr schöne spiele genau und das kann alles ganz spannend und für den preis für den es angeboten wurde habe ich mir gedacht da kann man nichts falsch machen so und dann ja ein riesen paket ich habe mir alles hin hingelegt was jetzt gekommen ist ja aber champions und ich glaube ich habe jetzt so gut wie alles was ist jetzt zurzeit zumindest noch gibt schon gibt drin ist auch noch ein bisschen was die box selber habe ich gebrauch gekauft zusammen mit captain america war dabei war drei sachen dann habe ich mir die ja noch geholt die szenario packs genau ja marvel united hat mich ja total überrascht und fand ich oder finde ich nach wie vor ein schönes spiel gerade für familien so als einstiegsspiel und als ich dann auch gelesen hat dass viele über marvel champions auch sehr viel positives sagen war ich dann doch interessiert und gesagt habe es schon recht guten kurs bekommen und ja ich bin großer fan von arkham horror dem lcg auch das herr der ringe kartenspiel habe ich gespielt und das läuft ja in dem fahrwasser drin und ich muss noch hier an der stelle noch mal ganz klar sagen merke ich ganz stark bei meinen schülern mit denen drüber rede dass es spiele zu marvel gibt dann werden alle sofort hellhörig also diese marke zieht wirklich extrem stark also wenn ihr überlegt mit kindern und jugendlichen zu spielen die meisten kennen einfach marvel und finden das schon mal spannend wenn dahinter auch noch ein gutes spiel ist so wie bei marvel united hervorragend ja und das verspreche ich mir hier bei marvel champions auch vor allem da dieser deckbau aspekt zumindest wenn man das spiel erstmal so angeht nicht so extrem ist wie er eigentlich bei arkham horror dem kartenspiel ist wo das schon ein essentieller teil ist so und eine sache möchte ich ja auch noch mal mit erwähnen ich lese öfter mal im forum hier facebook zum beispiel die floma gruppe promete ist shop oder nerds for games heißt jetzt ihr zweitshop ja die kommunikation muss ich sagen ist nicht immer optimal ich muss auch bisher auch sagen ich habe alles bekommen und gerade hier so rise of red skull und da gab es dann kostenlos ab dem ab dem bestimmten bestell weil ich weiß gar nicht was es genau war gab es dann hier diese black panther sleeves dazu ich habe es bestellt wenn ihr das skeptisch seid dann dann macht zeit auf rechnung ich glaube es geht aber erst ab der zweiten bestellung hatte ich jetzt auch gemacht weil viele gesagt kommt ewig nicht ich habe es bestellt zwei tage später wurde es verschickt drei tage später war es hier bezahlt und alles schickt also von daher das was manche dort berichten kann ich in der hinsicht nicht so bestätigen was nicht heißen soll dass es da gar keine probleme gibt ich will nur sagen es kann halt auch vernünftig laufen also bisher sind meine erfahrungen mit denen eigentlich recht gut auch wenn ich sagen muss meine allererste bestellung bei einem promieter shop es hat schon sehr lange gedauert bis alles gekommen ist aber es war nichts was irgendwie wo stand es war wäre auf lager gewesen und war es dann auf einmal nicht mehr es waren alles sachen die vorbestellt habe hat ein bisschen länger gedauert bei als bei manch anderen händlern ich hatte glaube ich damals gloomhaven pranke der löwen genau ich glaube das war es ja kann dann zwei wochen spiel als bei den anderen ich habe genug spiele das stört mich dann in der hinsicht nicht so sehr so nur mal meine gedanken dazu aber gespielt habe ich noch nicht marvel champions so und dann noch ein ganz dicker brocken mal gucken ob ich den hier in die kamera kriege doch passt gut ziel team flicks wie bin ich dazu gekommen sein spiel was schon älter ist würde ich sagen war auch ein kickstarter ja wie bin ich dazu gekommen ich habe ja in meiner crowdfunding vorschau auch gesagt dass er die woche oder vor zwei wochen glaube ich ist ja six siege rainbow six brettspiel von music games glaube ich gestartet so und das war nicht kooperativ wo ich auf der einen seite glücklich war ich gedacht aber gott nicht wieder so ein teures grab auf der anderen seite ein bisschen schade weil das natürlich ein sehr spezielles szenario ist wenn ich auch diese rainbow six reihe sehr spannend finde zumindest früher spannend fand die letzten teile habe ich dort nicht mehr von gespielt so und dann meinte jemand im anderen wenn du dich davon interessiert interessiert gibt es auch dieses ziel team flex das ist zwar kooperativ was mich natürlich sofort angesprochen hat und was besonderes auch ist ein schnips spiel also mein schnips in diesem spiel die angriffstogen so wenn ich das so richtig gesehen habe gibt dann verschiedene munitionen die höher die die größer sind oder kleiner sind ja das finde ich ganz spannend und hatte dann mal schnell geguckt bei ebay kleinanzeigen zum fairen preis gefunden und doppelter gewinnen dadurch habe ich den sascha kennengelernt der hat das nämlich verkauft und der hat mich dann eingeladen in so einer gruppe mit verrückten anderen brettspielern da wird immer lustig hin und her geschrieben so eine gruppen sind total angenehm auf der einen seite wenn man sieht mensch man ist nicht der einzige bekloppte der den spielen hinterher jagt auf der anderen seite auch gefährlich weil natürlich immer wieder neue sachen aufgeworfen werden und man auf sachen aufmerksam wird die man vorher noch nicht kannte und dann vielleicht doch noch noch mehr geld ausgibt für mich geht es relativ weil ich mich auf kooperative spiele beschränke die anderen dort in der gruppe die die holen halt alles was es einen guten spielen halt so gibt ja sehr gute sehr schöne gruppe und sascha noch mal vielen dank dass mir das verkauft hast leider zurzeit noch nicht so viel zeit ist auszuprobieren aber das wird auf jeden fall mal probiert werden denn das thema finde ich erstmal super spannend weil selten ja im brettspielbereich und darauf könnt ihr euch dann bald auch freuen gut das sind alle sachen die mehr oder minder neu gekommen sind mit einer ausnahme nämlich jetzt das spiel welches neu ist und welches ich bereits gespielt habe die rede ist natürlich von die zwerge der big box jetzt gar nicht so viel dazu erzählen schaut euch gerne das video an sagt was super läuft auf dem kanal freut mich sehr ist ja auch immer eine menge arbeit ich habe gerade da auch mit den zooms immer mal in jeder einstellung reingeguckt also da war schon ein bisschen was dabei das video zu machen aber freut mich dann wenn das auch positiv aufgenommen wird ja was was kann man zu dem spiel noch sagen also ich hatte ja von gesagt dass mein mein kumpel dort noch mal eine anmerkung hatte wie habt ihr in dem spiel die zwerge habt ihr diese monster oder armee token zu den trollen und orks aus der erweiterung das heißt es sind dann so holz und die sind erstmal natürlich schmuck im original zwergespiel sagt das hatte ich beim review gar nicht mehr so auf dem schirm aber das stimmt da waren das ja alles nur so kleine würfel man hat kleine würfel halt hingelegt was ja funktional absolut in ordnung ist visuell ist das natürlich mit diesen holz monster token viel besser aber und da hatte er mich dann noch mal darauf hingewiesen und das ist schon ein richtiger hinweis das nervt doch teilweise ist mir auch aufgefallen als wir das jetzt hier noch mal gespielt haben in vorbereitung auf die regeln und das review dass diese token immer wieder umfallen und die felder sind natürlich super schnell voll gerade wenn er da die toll stehen hast die sind ja riesig also so visuell es nett ist nervt es wirklich dass die immer umfallen und die spots voll sind also manchmal ist schon problem dafür vernünftig reinzustellen ja das ist jetzt eine sache die natürlich jetzt nicht ein riesen kritikpunkt ist aber das ist noch mal wichtig eine wichtige anmerkung vielleicht auch gerade für die 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 zwerge vielleicht schon besitzen und vielleicht auch die alte edition besitzen das muss man sich überlegen ob sich das eigentlich lohnt denn hier habt ihr in der big box habt ihr die steine nicht mehr drin im original zwerge hattet ihr ja die steine habt euch dann die erweiterung geholt und hatte dann sozusagen beides in der big box gibt es logischerweise warum sollen sie es auch doppelt machen nur noch die figuren ja das muss einem bewusst sein außerdem gab es auch mal diese miniaturen in so dickeren figuren da hat man jetzt die dünnere variante also das ist noch mal so ein hinweis den ich beim video nicht mit erwähnt habe ja die zwerge big box es ist nach wie vor ein schönes gateway game glaube ich für familien auch gerade im beginnenden kennerbereich es hat aber auch seine probleme und damit muss man klarkommen also gerade dieser hohe glücksfaktor hier weil man viel oder viel davon abhängt wie die würfel fallen und man wenig möglichkeiten der manipulation dabei hat das muss einem schon bewusst sein was man hier kauft oder was man hier dann am ende spielt und das muss man verzeihen können dass es dann manchmal auch dumm läuft vielleicht ist ein bisschen ausgleichen weil man sagen kann man würfelt ja auch wie viele monster oder armeen wieder aufs spielbrett kommen und das gleicht sich so ein bisschen aus ja das kann sein dass das in summe dann ausgleich nerven tut es aber doch dann manchmal aber es ist schön illustriertes spiel und ich glaube gerade auch in der schule vom ganzen artwork her kann das schon gut funktionieren aber ich sage mal richtige kenner die dann auch zum experten bereich her tendieren ich glaube denen wird es hier nicht so gefallen weil sie nicht so viele möglichkeiten in summe haben einfluss auf das spiel zu nehmen und was halt auch schade ist die kooperation zwischen den helden in den kämpfen ist seit nicht extrem ausgeprägt ja nichtsdestotrotz eine schöne sache dass pegasus diese big box rausgebracht hat wo man dann doch noch mal alles zusammen bekommen hat waren ja teilweise horrende preise die auf den markt gefordert worden für die erweiterung etc und so hat man alles in einer box hat auch ein paar schwächen aber für details schaut dann unbedingt an das video mit rein falls noch nicht geschehen gut das waren jetzt erstmal alle sachen die neu angekommen sind gehen wir über zu den sachen die ich in diesem monat gespielt habe so weiter geht's was haben wir gespielt in diesem monat und ich lasse jetzt einfach mal ein paar sachen weg wir haben marvel united auch noch mal gespielt nach wie vor ein tolles spiel macht mir richtig viel spaß gerade mit der stretchbox aber ich komme immer mehr zu dem schluss die braucht ihr wirklich um dort genug varianz zu haben in summe genauso heroes of tenderfire habe ich mal wieder gespielt ich mag diesen deck bilder tolles spiel fandom the card game hat es auch mal wieder auf den tisch geschafft was wir tatsächlich nicht gespielt haben ist dice throne adventures da fehlt uns ja noch der endboss kampf den haben wir nach wie vor nicht nachgeholt liegt halt einfach so ein bisschen daran dass wir zum glück ja wieder in größeren gruppen spielen können und wir hatten das ja zu zweit angefangen das heißt wir wollen das natürlich dann auch zu zweit beenden gut ich habe schon gesagt ich werde bald ein video machen zu kleineren reisespielen also spielen die man für die reise mitnehmen kann und im zuge davon habe ich verschiedene spiele gespielt das erste ist winziges verlies ein kleiner dungeon crawler für die tasche würfel basiert ein schöner kleiner dungeon crawler kann man wohl so sagen ja ein schönes spiel auch hübsch illustriert auch für freunde von diversität beziehungsweise die auch mal mehr frauen in einem spiel haben wollen nämlich man spielt hier nur heldinnen mit dem grundspiel kann man das spiel bis ein bis zwei spielern spielen funktioniert solo super funktioniert kooperativ hervorragend und mit einer zweiten box kann man sogar mit vier leuten spielen ganz ehrlich mit vier habe ich noch nicht gespielt ein schönes spiel was schon länger meiner sammlung ist also ich mag es weil es schnell gespielt ist die regeln sind in meinen augen an manchen stellen ein bisschen komplizierter als es sein müssten das hätte man ja in meinen augen noch ein bisschen besser stream bleiben können nichtsdestotrotz ein schönes spiel werde ich erstmal kein review zu machen wenn ihr aber dann großes interesse daran habt an dem spiel dann schreibt man die kommentare und dann werde ich mich vielleicht doch mal überwinden aber jetzt zumindest in den nächsten monaten ist es nicht geplant außer ihr ruft ganz laut danach so ein anderes spiel was ich in vorbereitung gespielt habe ist trick and trouble trick and trouble ist ein stichspiel im sinne von skat aber halt kooperativ mit einem sehr geilen artwork von frosted games ja eines oder mein erstes spiel was ich bei frosted games damals bei matthias direkt in essen gekauft habe essen 2018 schönes kooperatives kartenspiel mit dieser stichmechanik was man ja gar nicht so denkt dass ein stichspiel wie skat kooperativ funktionieren kann dieses spiel setzt das sehr cool um hat ein paar schöne einzelheiten dazu wird es in ein paar wochen oder innerhalb der nächsten wochen auch ein einzelnes video zu geben wo ich euch das spiel und die regeln vorstellen werde genau und es auch so ein bisschen einordnen werde das ist ja mein ziel für dieses reisevideo mit anderen kandidaten wie zum beispiel die crew so und ein anderes spiel was auch in diesem fahrwasser läuft ist viereinhalb minuten vom mosesspiele das ist wieder auch ein kartenspiel was sich so seine anleihen sucht bei mau mau kann man wohl sagen und vielleicht auch ein bisschen bei uno der name ist hier programm es spielt sich in viereinhalb minuten man spielt es mit timer gegen die zeit was jetzt auch nicht das typischste ist für kartenspiele genau das habe ich auch noch mal wieder gespielt um dann mein review da von dir zu geben zu können auch die regeln ohne probleme darlegen zu können ja habe ich schon länger meiner sammlung und wird immer wieder gern gespielt was schon darüber verrät dass es mir gefällt ja ein anderes spiel was mir gefällt das video ist auch schon fertig aber noch nicht hochgeladen das werde ich mir so ein bisschen für die ferienzeit aufheben wenn wir dann im urlaub sind damit der kanal weiter gefüttert wird das ist wichtig wird man die treuen zuschauer nicht verliert ja ich sage immer ich probiere es gar nicht mit dem französischen namen ich hatte französisch fünf jahre lang aber es war nicht meine stärke zusammen im englischen heißt es grizzled und es ist ein kooperatives spiel rund um ein interessantes historisches thema nämlich den ersten weltkrieg wir spielen sechs kameraden beziehungsweise eigentlich spielen maximal fünf aber es gibt sechste auswahl also freunde die versuchen den krieg zu überleben und das schöne an diesem spiel ist wir sind nicht mal helden in diesem spiel sondern wir sind einfache soldaten die die gräuel dieses krieges seines abdrehbeschuss giftgas nachtangriffe ja die das einfach überleben wollen grundsätzlich vom regelwerk her ein relativ simples kooperatives spiel was es aber in meinen augen recht schön schafft diesen diesen charakter des krieges die grausamkeit des krieges und die manchen stellen vielleicht auch machtlosigkeit im krieg auch wenn einem das natürlich auch so ein bisschen machtlos im spiel macht ganz schön transportiert ich habe eigentlich so viel gelesen oder gehört davon vorher nicht das spiel schon länger raus ist von cool mini und da sollte man sich nicht täuschen es gibt keine miniaturen in dem spiel ja habe ich jetzt wieder mit einer größeren gruppe auch gespielt meinen schülern meiner meinen zwölfklässler gespielt und ja den hat das auch sehr gefallen es ist ein schönes spiel mit einem speziellen thema und kommt deshalb natürlich in meiner kategorie auch wie historische spiele in brettspielen bzw kartenspielen umgesetzt werden als geschichtslehrer kann ich ja da immer halbwegs kompetenten senf dazugehen ja das reviews fertig wird jetzt auch in den nächsten paar wochen erscheinen so und dann habe ich paul royal gespielt so die aufmerksamen zuschauer wissen natürlich dass paul royal erstmal ein kompetitives spiel ist aber es gibt zwei erweiterungen die es kooperativ machen eine ist hier steht es auch sehr schön auch kooperativ und solospiel war ein auftrag geht noch und dann gibt es noch die andere erweitert das abenteuer beginnt so heißt es genau das will ich jetzt nämlich auch noch in den nächsten tagen spielen um das ja auch vernünftig dann alles zusammen zu review vielleicht mache ich aber auch erstmal nur die beiden denn das ist etwas was ich auch gerne in den nächsten monaten immer mal wieder zeigen möchte oder diskutieren möchte auch mit euch nämlich kompetitive spiele die später eine kooperative erweitern bekommen ob das funktioniert ich habe einige hier in meinem regal stehen die sich anschicken das umzusetzen berühmtestes beispiel sicherlich da ist rohn adventures aber zum beispiel ein schei ist auch aus dieser kategorie her genau und paul royal ist ein tolles kartenspiel was eigentlich über einen ganz einfachen mechanismus kommt und diesen push your luck mechanismus fast schon in perfektion hier rein bringt muss man auch manchmal ein bisschen frustrations tolerant sein aber man sieht ja einfach nur karten in gewisser weise aber natürlich eine taktische komponente weil man überlegt wie lange ziehen wir noch ziehen wir noch weiter um noch coolere karten zu kriegen oder drohen wir gefahr dafür alles verlieren was wir dort auslegen haben und ich finde der kooperative modus funktioniert ganz hervorragend bei diesem spiel und das macht richtig spaß gut dazu werdet ihr also auch bald ein video sehen so und ein anderes kleines spiel dessen video ihr schon auf dem kanal finden könnt ist tranquility jetzt mal ja so ein bisschen mit hoch ja lustige geschichte es ist tatsächlich so glaubt am ende wieder keiner ich habe das video gemacht weil es ein spiel ist was ich sehr mag das kann man ja auch sehen in meiner liste für kooperative spiele die man auch mit spielemuffeln spielen kann ja und es ist ein schönes legespiel wunderschön illustriert habe ich damals für kickstarter mitgemacht und jetzt habe ich vor zwei wochen das video hochgeladen und als ich dann am sonntag mein mein letzten crowdfunding überblick hochgeladen habe kurz danach kommt in dieser besagten gruppe wo ich durch den sascha reingekommen bin ach ja mensch die woche startet der am montag tranquility erweiterung ich hatte das überhaupt nicht auf dem schirm da muss man auch wieder sagen viele publisher oder gerade auch kickstarter creator müssen echt noch daran feilen werbung für ihre projekte zu machen es ist teilweise echt eine riesen arbeit die neu starten in kooperativen spiele zu finden und wenn ihr das verfolgt und ich sehe dass viele von euch diese crowdfunding überblicke verfolgen und dass das sehr gut ankommt was mich natürlich auch sehr freut dann seht ihr aber dass ich immer auch mal was verpasse ja weil ich es vorher nicht weil ich es nicht gefunden habe es gibt da jetzt leider nicht so eine große presse mappe für kickstarter spiele das ist bei den verlagen besser organisiert großteils ich würde auch nicht alle alle so loben aber kickstarter ist da echt also manche sind da wirklich noch ganz schön dilettantisch unterwegs nichtsdestotrotz aktuell läuft die der nachfolger da geht es dann darum einen gipfel zu stürmen dazu werde ich dann im neuen crowdfunding überblick am montag euch etwas verraten ja tranquility ich kann es euch total empfehlen bei amazon gibt es das spiel vielleicht gibt es auch bei anderen anbietern für einen verhältnismäßig fairen preis lohnt sich glaubt mir wenn ihr legospiele mögt und wenn ich schaut mal in mein video rein dann seht ihr wie das spiel funktioniert ja und ein anderes spiel das ich auch sehr mag das hatte ich damals im englischen kickstarter mitgemacht mit kooperativ jetzt wird natürlich immer kleiner ihr seht ich habe es jetzt zweimal nämlich der frank noack und die spielschmiede waren so nett mir noch ein deutsches exemplar zuzuschicken auf meine anfrage weil ich gesagt habe im zuge meiner reisespiele und dieses spiel ist ideal als reisespiel allein schon wegen dieser coolen metalldose habe ich mir gedacht wäre es eigentlich praktisch wenn ich das deutsche spiel zeige und nicht die englische variante und deshalb habe ich sie zugeschickt bekommen ihr seht sie aber noch zu im anschluss dieses videos werde ich dann anfangen ein review dazu zu machen ich kann schon so viel sagen ich mag das spiel es cool was für ein kleines aber gar nicht so in seiner spielart extrem simples spiel sich in so einer dose versteckt also ja freut euch auf das video da werde ich euch das spiel vorstellen falls ihr da noch keinen zugriff hattet ja leider kam die deutsche version später beziehungsweise wurde später angekündigt sonst hätte ich die natürlich direkt bei der spielschmiede mehr geholt genau das spiel werde ich euch dann auch vorstellen so dann habe ich auch noch ein paar andere sachen gespielt ich habe nämlich einen neuen spielpartner den heiko mit dem ich jetzt immer auch mal mittwochs spieler und dabei auch ein paar komplexere sachen holen spielen also erstmal grüße raus an dich heiko und was haben wir gespielt zusammen nehme ich diese woche haben wir die day dice gespielt dieses spiel werdet ihr auf meinem kanal auf jeden fall auch noch sehen ich habe hier das gesamtpaket damals bei der spielschmiede war glaube ich mein erster all in den ich bestellt habe das spiel hatte lange verzögerungen was daran lag dass es einfach gigantisch groß geworden ist und so viele sachen dazu kamen und ich muss am ende sagen die brauchst du eigentlich nicht also die grundbox im wesentlichen tut es da habt ihr schon echt viel varianz mit den erweitern kommt natürlich noch mehr dazu man muss aber immer die frage stellen braucht man das aber das werde ich euch in einem separaten video noch mal vorstellen grundsätzlich kann man sagen hier spielen wir kniffel oder eine kniffel mechanik im zweiten weltkrieg nämlich bei der landung in der normandie wir können verschiedene nationen spielen franzosen briten amerikaner ich spiele die kanadier bin allgemein ein großer kanada-fan eishockey-fan und gibt sogar die norweger und die griechen also auch und polen kleinere fraktionen die aber historisch wohl auch dort an die idee gelandet sind also wenn auch mit kleineren verbinden ja und da gibt es dann verschiedene fraktionen sehr schön ist bei dem spiel man unterstützt sich halt auch gegenseitig hat ein gemeinsames ziel was man erreichen muss ja aber an sich eine kniffel mechanik in diesem historischen setting das heißt dieses spiel werdet ihr dann auch irgendwann mal als review sehen ich hatte es ihm halt mal vorgestellt weil ich in zukunft halt auch mal plane ein video zu machen zu kooperativen spielen mit kniffel mechanik und in diesem fahrwasser ist natürlich auch das ältere zeichen anzusehen ja auch kniffel mechanik im wesentlichen und zwar im lovecraft universum von fantasy flight alle die arkham horror haben oder eldritch horror werden die illustrationen hier sofort wiedererkennt manche kritisieren das ich finde das eigentlich ganz cool weil es einen wiedererkennungswert hat und damit natürlich auch der immersion dient und der identifikation mit den figuren und den helden ja also von daher kann ich dem eigentlich nicht wirklich was schlechtes entnehmen genau werde ich auch noch ein video detailliert dazu machen beziehungsweise wird natürlich auch in diesem kniffel koop video dabei sein grundsätzlich immer muss man hier sagen das ist ein cooles spiel es wird aber eigentlich erst richtig gut durch die erweiterung die man mit rein nimmt dadurch wird es dann eigentlich ein runderes erlebnis also wenn ihr dort einsteigen wollt würde ich euch empfehlen nehmt schon eine der erweiterung mit sei es tore von arkham oder verborgene mächte gut und als allerletztes auch mal wieder gespielt das habe ich dem heiko nehme ich dann als erstes vorgestellt nämlich city builder ancient world ja wir haben beide mal verloren aber es war jedes mal sehr knapp und hat sich wieder auch gezeigt das haben wir festgestellt man muss es öfter spielen um dann hat auch den blick dafür zu gewinnen es ist ein tolles spiel kann es wirklich empfehlen weil dieser kooperative modus hier hervorragend funktioniert er ist nicht nur drauf gesetzt ist schwer und es kann auch und das ist so ein kleines manko des spiels das habe ich jetzt aber auch erst erst festgestellt wo ich das mit heiko noch mal mehrfach gespielt habe dass hier das problem ist wir haben insgesamt 60 teils wir nehmen immer 15 pro spieler das heißt spielen wir zu zweit haben wir nur 30 teils die wählen wir zufällig aus wir hatten das bei der ersten partie so dass wir durch pech ja in summe sagen konnten dass uns ein paar varianten gefehlt haben um das einfacher oder ja wahrscheinlich auch zum sieg führend bauen zu können und da wäre es vielleicht dann doch sinnvoll gewesen eine nummerierung der plättchen vorzunehmen dass man weiß okay diese nehmen wir für ein spieler also es sind 15 die du dann nimmst wenn du solo spielst wenn du 30 nimmst du die dann denn manche aufgaben sind schwer zu schaffen zum beispiel gibt es das mit dem sehen dass man die also diese kleinen sehen dass man die dort mit haben muss ja wenn man aber da keine mit drin hat ich glaube insgesamt gibt es vielleicht zehn plättchen wo ein see oder so dabei ist dann kann das schon schwierig werden weil man die dann ja alle exakt zu legen muss dass das genau passt aber trotzdem ein cooles spiel wenn ihr es mal ausprobieren wollt beim tabletop nee quatsch bei tabletopia so könnt ihr das kostenlos spielen da ist so gut wie alles dabei was in der kickstarter version dann am ende ist nicht so schön illustriert also nicht die tollen steine die hier mit dabei sind nichtsdestotrotz empfehlung von mir das spiel zu spielen alles klar das waren an sich jetzt die spiele die ich diesen monat gespielt habe ihr seht es waren vor allem viele kleinere sachen in vorbereitung der nächsten videos muss aber auch sagen das war eigentlich wieder total schön man spielt immer viel die großen klopper die die neu kommen wie zum beispiel die zwerge großer klopper natürlich relativ ist chronicles of dunagore wartet natürlich auch noch gespielt zu werden das wollen wir dann auch irgendwann angehen wir werden aber als erstes mit tainted grail noch mal werde ich noch mal einen neustart nehmen nachdem mit der anderen runde das zeitlich dann immer ein bisschen schwieriger wurde wollen wir das jetzt mal angehen da freue ich mich auch wieder richtig drauf den tainted grail hat mir sehr gefallen auch wenn das spiel probleme hat da werde ich dann auch noch mal was zusagen genau also es wird nicht langweilig ich hatte heute zeugnis vergabe mit meinen schülern ich bin jetzt erst mal in der hinsicht durch also abiturzeugnisse die anderen haben natürlich unterricht und deshalb die nächsten zwei wochen sind noch mal sehr stressig auf arbeit und danach wird es ein wenig entspannter und da sind auch die ferien da freue ich mich und drauf spielen zu können aber dann habe ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zeit das ein oder andere video zu machen aber für mich ist halt nach wie vor wichtig dass das hier nicht in stress ausartet denn es soll ein hobby bleiben und ich freue mich aber dass immer mehr leute dazukommen bleibt gerne dabei ich freue mich da über jeden und freue mich auch über die kommentare positiv wie negativ wenn ihr irgendwas euch mehr wünscht dann haut es in rein und ich versuche das irgendwie umzusetzen wenn es möglich ist und ja ich wünsche euch eine schöne zeit bleibt gesund wir sehen uns bis bald ciao